So, jetzt sind wir hinter der Bühne und wen haben wir hier? Unverkennbar, den Lorenz Büffel. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Büffel. Erzähl mal, wie hast du jetzt gerade die Stimmung empfunden? Unbeschreiblich. Also ganz ehrlich, das ist eine Mischung aus Mallorca, aus Ischgl, aus allem zusammen. Die Leute sind hier so verrückt, die kommen rein, gehen an die Bühne, du sagst, wo sind die Hände? Die Hände sind oben, es geht einfach nur ab. Also Oberhausen und vor allem der Ruhrpott, das ist so eine ganz, ganz besondere Mischung an Mensch, der Party feiert einfach. Ja, großartig. Also jeder, der heute nicht hier ist, hat jetzt schon was verpasst. Und es wird sich ja auch noch steigern. Es sind ja noch einige Stunden, die auf uns zukommen. Was können wir noch erhoffen oder was können wir noch erwarten? Ich hoffe, dass die 13 Stunden lang durchhalten, weil es ist ja wirklich von Party bis international. Dr. Alban, 90er, also der ist heute hier, das ist für mich der absolute Highlight. Ein Typ, der die 90er so gerockt hat. Rides at Fred, Die Atzen, Tim Toupet, Micky Krause, alles dabei. Also für das Ticket für 9,90 Euro, ganz ehrlich, großartig. Einiges. Ich will jetzt noch mal eine andere Frage stellen. Wir haben ja ein bisschen in dem Oberhausen-Olé Magazin gelesen, und zwar wird ja eine neue Diskothek eröffnet von Herrn Wendler und Herrn Krampe zusammen. Und da habe ich gelesen, dass du immer mal wieder auch dort auftauchen wirst. Jeden ersten Samstag habe ich die Ehre, in der Nina, in der neuen Diskothek von Michael und Markus, die Büffeljagd zu machen. Was wird das sein? Die Büffeljagd wird eine sehr extreme Pollermann-Party mit einem Special Guest jedes Mal dabei. Und ich darf noch nicht so viel verraten, aber es wird auf jeden Fall sehr wild und sehr... Wunderbar, ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich passe ja in den Vorwald. Ich will doch sagen, dass wir beide heute keine getrennten Wege mehr gehen, sondern nur mehr zusammen durch diese Veranstaltung streiten. Also Leute, beachtet, immer wenn ich irgendwo auftauche, ist der Büffel mit dabei. Viel Spaß und BallermannTV ist großartig. I love it. Danke schön.